Egal ob im Urlaub, daheim oder einfach mal zwischendurch, Minigolf ist tatsächlich für jedermann was. Und wenn es dann noch in so einer traumhaft schönen Kulisse ist, wie hier in Burghausen, dann macht das Ganze natürlich gleich doppelt so viel Spaß. Wir haben uns hier mal über die Neuigkeiten der Anlage informiert. Am Fuße der Burg, direkt neben dem Wörsee, erstreckt sich eine Minigolfanlage mit 18 Bahnen, die sicherlich weit und breit einzigartig ist. Die Anlage reicht bis zum Burkhang inmitten einer natürlichen Begrünung, die reichlich Schatten spendet. Die Minigolfanlage ersteckt sich unterhalb der längsten Burg Europas, terrassenförmig, auf über 2500 Quadratmeter. Direkt am Eingang zum Wörsee befindet sich diese Minigolfanlage, die es bereits seit über 40 Jahren gibt. Wir haben uns auch während Corona Zeit genommen und alle Bahnen präpariert und neu gestrichen. Bei diesem Freizeitvergnügen gehört auch Essen und Trinken dazu. Auf der herrlichen Terrasse können Sie ausgewählte Speisen und Getränke zu sich nehmen. Ganz neu bei uns auch die neue Gondelbahn, um einen kontaktlosen Essen- und Getränkeservice zu bieten. Auch haben wir eine neue Partybar in der Anlage mit eingebunden. Für Gruppen, zum Beispiel Schulklassen, öffnen wir gerne schon früher. Gerade auch Kindergeburtstage oder Firmenfeier sind bei uns herzlich willkommen. Am 24. Juli findet bei uns der traditionelle musikalische Weißwurstfrühschoppen mit dem Meierhofer Martel statt. Von 10 bis 15 Uhr und am 28. August Salsa-Party mit den Lost Chicos von 17 bis 22 Uhr mit Barbetrieb. Bei Fragen und Reservierungen steht Ihnen Andreas Stadler und sein Team gerne zur Verfügung. Die Telefonnummer 0174 482 96 82 oder unter dem Kontaktformular auf der Homepage minigolfanlage-burghausen.de Ja, dann würde ich noch sagen, Minigolfanlage Burghausen, wir haben jeden Tag geöffnet von 10 bis 22 Uhr. Kommt einfach vorbei, es ist immer lässig bei uns. Aber mit den Gruppen bitte anrufen. 0174 482 96 82. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, dann bleibt mir jetzt zum Abschluss eigentlich nur noch eins zu sagen. Denken Sie an die beiden Events, die hier bald stattfinden. Zum einen am 24. Juli von 10 bis 15 Uhr das Weißwurstfrühstück mit Meierhofer Martel und zum anderen am 28. August die Salsa-Party mit den Lost Chicos mit Barbetrieb von 17 bis 22 Uhr. Auf Ihr Kommen freut sich Andreas Stadler und das Team der Minigolfanlage Burghausen. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihre Nicola Koska Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund.